Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Ich möchte Geld wechseln. Geld wechseln? Gern. Und wie viel? 2000 Franken. 2000 Schweizer Franken. Bitte sehr. Danke. 2000 Franken. Und in welcher Währung? In D-Mark, bitte. In D-Mark. Gut. Das sind dann 2250 Mark. So, bitte. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2100, 2200, 2250 Mark. 2250 Mark. Bitte sehr. Vielen Dank. So, geht's in die Ferien? Jawohl, wir fahren in die Berge. In die Berge? Schön. Viel Vergnügen. Danke und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.